Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, wir sind hier zurück auf KeyDrop, machen ein schönes Case Opening, 52$ haben wir, es läuft noch das Mafia Event, wollte ich gerade sagen, das Monster Event diesmal, sprich wenn ihr Geld aufladet, kriegt ihr diese komischen Flaschen hier, genauso wie wenn ihr diese Promokisten hier öffnet, wo bald bestimmt noch ein paar dazukommen werden und die könnt ihr in die Monster Event gegen Skins eintauschen, gerade bei diesen Events ist das echt geil, ich liebe diese Events, ihr kriegt übrigens auch Gold, wir haben 5100 Gold, wir gehen in den Goldbereich rein und gucken mal, was wir hier rausziehen, wir haben hier nämlich die Kiste für 4100, haben wir beim letzten Video auch aufgemacht, ich weiß nicht mehr, was wir rausgekriegt haben, ich hoffe, diesmal wird es besser und ich merke, ich habe die Audioeinstellung noch verkackt, Audio wiederhergestellt, 2€ ist okay, ist okay, ist okay, warte, verkaufen wir einfach direkt 2$ hier, so, sell, dann haben wir die nämlich auch direkt hier auf dem Balance drauf und ich würde sagen, wir gehen rein, die gibt es nämlich eine 10% Knife Kiste, ihr wisst Leute, 10% Knife, ich bin dabei, wir machen die aber nur einmal auf, ach du Scheiße, vor 3 Stunden, vor 4 Stunden, 9 Stunden, 16 Stunden, okay, hier werden wir nichts rauskriegen, hier werden wir nichts rauskriegen, okay, ich habe den Fast Mode noch an, ich habe den Fast Mode noch an, ach fuck, Alter, okay, dann machen wir die nochmal auf, weil Fast Mode drin war, machen wir die doch zweimal auf, ich sage mal so, es wird nichts, Nein, okay, 20$ schon mal verbrannt, nicht so geil, ihr wisst, was jetzt passiert, ihr wisst jetzt, was passiert, wir gehen rein in die Joker Case, Joker Case ist einer meiner Lieblings Cases, entweder du siehst Scheiße oder du siehst Profit, so wie in den anderen Cases auch, aber es ist eh so fast 50-50 hier, das Problem ist, wenn die 5-7 hier kommt oder die Masterpiece, dann ist man gefickt, let's go, 50$, gönn hierin Profit, 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 komm schon, nicht die Masterpiece, oh, und es ist auch nicht mal die für 33, Scheiß drauf, wir machen die nochmal auf, die ist Battle of God des Todes, die ist 39, nochmal, komm, alle guten Dinge sind 3, bitte jetzt was Gutes, bitte jetzt was Gutes, nicht die 5-7 oder die Masterpiece, neiiiiiiiinnnnn, Aua, Aua, okay, ich glaub, wir machen das mit dem, mit dem, mit dem Giveaway jetzt ein bisschen anders, immer nur, wenn's Profit gibt, gibt's in Giveaway in den Videos, es ist eigentlich nur zu öfters mein Code, so dass ich mehr Geld kriege, ne, aber, ähm, ah, fuck, alter, egal, wir gehen rein in die Blaze Case, in die Blaze Case, 25$, Abfahrt, let's go, komm schon, gib mir doch die Kill Confirmed, Mann, die Hyperbeast FN eventuell 18$, alter, okay, okay, wir gehen rein in die 12$ Titan Case hier und wir verkaufen alles, was unter 10€ ist und machen die einfach wieder auf, Aieieieiei, 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 Aieieiei, okay, es unter 10€ verkaufen wir, hier jetzt das, das, ah, das Karambit würde schmecken, über 10€ behalten wir, äh, 10$ natürlich, war eins davor mit den 2000 Flaschen hier, wär schön gewesen, das wird wieder unter 10€ sein, ja, Fell, nochmal öffnen, das machen wir jetzt so lange, bis wir auf Null runter sind, ist vielleicht dumm, aber vielleicht hätten wir hier was krass, das geht eins weiter, ah, leider nicht eins weiter gegangen, aber so fahren wir wenigstens hier die Flaschen, oder was das auch immer ist, Saft, Saubertrank, I don't know, Ach du Scheiße, Ah, eins davor wär nice gewesen, 11€, okay, behalten wir, mach ich nachher ein All-In-Upgrade, ich weiß es nicht, Mecha Industries, okay, 12, behalten wir, behalten wir, behalten wir, Boah, da kenn ich den Preis nicht, Bison, Bison, nicht viel, oder? 6€, ja, komm, weg damit, nochmal, Oh ja, gib mir die 2.000, gib mir die 2.000, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, Ja, wenigstens ist das, und bitte mehr als 10, Jawoll, so schön, 4.000 haben wir jetzt schonmal, Okay, wir werden aber katastrophal Bruch gehen hier, Glaub ich, oder? Boah, bitte nochmal für 14, das wäre nämlich Profit, 10, ganz knapp über 10, deswegen behalten wir, Boah, Junge, 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 Boah, da kenn ich den Preis gar nicht, 15, 6, ah, well warm, weg damit, Sag, alles unter 10 verkaufen wir, Wir müssen hier einmal ein Big Hit landen, Mann, Wir wurden das vor 20 Stunden, ne, Wird doch mal wieder Zeit, dass hier das, Jemand das Karren bezieht, Ah, Ja, die ersten, Die erste Reihe würde schmecken, Die ersten 5 hier, so, Oh, nochmal die, Geh jetzt weiter, Nein, Auch wieder knapp unter 10, Wir gehen nochmal rein, Oh, wir haben gleich viel Geld mehr, Das wird böse ausgehen, Das sag ich euch, Geh jetzt weiter, verdammt, 4 Dollar, Alter, das ist ja mal, Das läuft ja heute mal rückwärts, Oh, ich, Über 10, oder? Ganz leicht über 10, Okay, jetzt haben wir noch 75 Cent, Die sparen wir uns, Ach, ich will gar nicht nachgucken, Alter, 95, Alter, 95, 95 Dollar haben wir noch, Da müssten wir jetzt eigentlich hier, Auf dem FN hiervon gehen, Dann, Sind wir zwar immer noch 50 im Minus, Aber so sind wir 150 Dollar im Minus, Alter, Ach, Wir gehen auf die, 43 Prozent, Hm, Man kann nicht immer Glück haben, Aber ich gehe jetzt nicht mit 150, Miese nach Hause, Also entweder gehe ich jetzt all in, Gehen mit 50 Minus nach Hause, Oder wir gehen mit gar nichts nach Hause, Let's go, Oh, 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 Aha, Es hat funktioniert, Es hat funktioniert, Wir könnten jetzt hier, Was, Was, Wie viel Prozent, Wenn wir auf 250 gehen würden? Na, Ja, Hier, 70 prozent 70 prozent dass wir mit bisschen profit nach hause gehen soll ich das risiko eingehen ich gehe das risiko nicht ein ich gehe das risiko nicht ein wir gehen mit den 196 nach hause wir haben auch hier natürlich die die flaschen vom monster event ihr könnt ihr zum einen die scratch cards aufmachen ihr könnt auch in factory reingehen und hier das mache ich immer alles reinballern oder ihr spart bis zum ende des events zusammen bei ranking und guckt auf welchen platz ihr hier landet das machen wir ja wir sparen das komplett zusammen auf welchem platz bin ich noch nicht mal in der top 100 okay wir sparen das komplett zusammen diese dingens die flaschen und am ende des events packt alles in factory rein und dann gucke ich wo habe ich besser hätte ich im ranking drin bleiben sollen habe ich da besser gekriegt oder in factory dementsprechend natürlich einfach mal testen aber da haben wir ja immer nach dem video das alles in factory reingeballert diesmal nicht wir gehen nach hause mit ja 54 dollar miese aber es kann ja nicht immer profit sein dementsprechend heute kein giveaway tut mir leid guys benutzt meinen code achim kriegt der 5 prozent deposit bonus und damit bedanke ich mich jetzt fürs zu sehen wir sehen uns hoffentlich in einem anderen video wieder haut rein und ciao ciao